dich näher fehlt mir das großsteinsatz schade aber ich kann nie silberspäne brauche ich nicht polierter opal kann ich einmal machen alles nur mit mir den ewigen bierkuchen und das zusammen genau pass auf sowas gibt es am ende wirklich so wie viel brauche ich für meinen runen stein bzw 22 37 ok den stellen wir her ich glaube die soundtal lords brauchen heute immer ein bisschen beziehungsweise hoffe ich das wird jetzt wieder funktionieren wer weiß ja jetzt habe ich vermalen ich habe jetzt einmal wir haben nur einen ruhm stein aber jetzt fehlt mir selber mehr kraften kann ich kraften außer das hier könnte ich jetzt auch hin und her machen aber eigentlich hofft man es ist ein schöner arbeitstag ist hier ein schön tag wenn ich habe ich in tausend fötchen hat es voll geworfen wenn ich spiele ich das für dich noch mal ab wenn es gar nicht kommt dann gucke ich dass ich das für dich abspielen kann ich ja bei mir nicht weil es spinnt heute alles ein bisschen es spinnt alles es hat mich heute auf vier stunden kostet dass ihr überhaupt hier der stream läuft so warte mal ich gehe einmal ganz kurz okay die soundtal lords funktionieren auf jeden fall es kann alles an twitch liegen also wenn ich bin jetzt gerade in diesen erweitern drin die alerts mit den kanalpunkten sind zurzeit deaktiviert ich kann sie aber auch nicht aktivieren also ich gucke dass ich dir die punkte zurückgeben kann es funktionieren leider nur die kostenlosen und die vier bits die anderen funktionieren leider gerade nicht das ist aus irgendeinem grund oder war vielleicht habe ich gefixt warte mal vielleicht funktioniert jetzt probierst du noch mal ist das heute eine schritte ich weiß ich weiß nicht was tisch ja angerichtet hat aber es ist das scheiße funktioniert 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 nicht was ist das heute okay es könnte jetzt sein dass jetzt 30 mal hinter einer schnurren kommt einmal hat geschnurrt kommt doch mal schnurren okay es kommt kein schnurren mehr aber es funktioniert wieder ich hatte twitch heute twitch macht das leben zur hölle wie geht es hier stets habe auf arbeit kopfschmerzen bekommen jetzt lecker essen machen kann nur besser wenn was gibt es denn was gibt es denn schnurr 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 ja also heute ist alles hier so ein bisschen verhext internet ist verhext twitch ist verhext ich bin froh dass überhaupt was funktioniert jetzt die zuhine reiß von dem tag okay die zuhine kannst behalten ausnahmsweise mal bin ich nicht seilisch auf sein essen ausnahmsweise aber ich bin halt nicht so der der zucchini esser ist schon aber iron du kannst dich auf was ganz 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 tolles freuen und zwar geht es gleich so dann bombadil wir waren vorhin einmal ganz kurz da gehen aber gleich einmal wieder dahin zurück hat sich mein sohn gewünscht der sagt immer gurke mit geschmack dazu ich bleibe dennoch lieber bei der gurke irgendwie nee zucchini war nie meins 123er eieieiei was hat er jetzt zu suchen hat naja gut ist rp ne wir sind ja auf einem rp-server hier machen ja viele rp lauf meine kleine zwiegel lauf kommen wir auch mal in dem lager an oder wie dieser wolf aber man versuchte der zu kommen und unsere ziegel hängt ihn einfach mal als geld ab und da ist wieder eisen bis gleich hybrid nein ich hab was für ein schandwerk zurück dann bauen wir einmal eisen ab oh und silber silber nehmen wir natürlich auch immer mit und da vorne müsste eigentlich auch schon das nächste lager sein da kriegen wir dann noch wieder neue quest in borkland müssten wir soweit eigentlich ready sein und dann geht es gleich zu dem bombardier zurück je nachdem wie viele quest wir hier noch für den alten wald kriegen und sobald wir den titel haben können wir dann endlich die blumen suchen taja vielen vielen dank für deine resub im sechsten monat und hallöchen wie war dein tag hallo dürfte ich kurz mit euch sprechen ja so mal gibt es hier noch irgendjemand hallo kann ich euch irgendwie mit dem steuer meister haben wir schon bringt das bündel nachts durchs fahning ok es ist ja gottse dank nur nacht ach kaya fragt ihr fragt nicht fragt nicht der vormittag war für den allerwertesten warum belästigt ihr mich übrigens wer ich meine entweder in den büchern oder zumindest in einigen spielen kennt man den namen jetzt fahren den kennt man nein kaya nein 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 einfach nur nein nix der es wird für eine entspannte runde lotruf ich bin ja schon wieder am suchten so minimal kann ich euch irgendwie behilflich sein dürfte ich kurz mit euch sprechen würdet ihr mich jetzt zweimal anlegen vortragen lassen und zweimal würdet ihr mir bitte für eine minute eure zeit schenken so sammelt kailerköpfe das kann ja das kann wieder heiter werden so die drei körperchen den mod hoch im licht sieben den sass in ihren hallen aus plüsch den johan ewig den stream verfallen neun einer der dunklen herren im dunklen zimmer im lande twitch wo die videos drohen ein körbchen die zu knechten die samtpfoten zu finden ins game zu treiben und ewig an etaria zu binden im lande twitch wo der gruppenzwang droht habe ich mal ausgearbeitet mega geil iron mega geil mega geil wie kommst du auf sowas geiles das muss ganz ehrlich das musst du unbedingt in den discord schreiben unbedingt das das müssen wir uns merken das ist mega cool mega cool ich wünsche mal ich wäre so kreativ zwei minuten arbeit ja weißt du wie lange ich da dran gesessen hätte ein komplettes leben da wäre ich so in drei jahren nicht mal drauf gekommen klingt mega geil warum sind alle kreativer als ich ihr habt so coole ideen immer brauche ich die beben ne Himbeeren da sind Himbeeren ich brauche meine Himbeeren ich habe gerade schon ein bisschen Angst ich habe gerade schon ein bisschen Angst aber was wovor Himbeeren stopp mit deiner Kader stopp stopp wie der Kader weißt du der Kader hat schon gar keinen Lebenswillen mehr der bleibt einfach schon gleich stehen er weiß dass er sterben wird er bleibt einfach gleich stehen wovor ich habe ja eh keine Wahl ich habe ja eh keine Wahl bring mich einfach um da ist nur noch einer erledigt superi danke dann können wir uns auf den wenigstens immer mal wieder durchleben aber cool wo ist mein Körbchen du hast du hast keins Kaya die Körbchen kriegen nur die braven samt Pfoten ist hier noch irgendwo ein Keiler ich glaube ich habe die Keiler ausgerottet nur weil ich fett ja kann ich doch nicht dafür wenn du deine Körbchen kaputt machst im Mahokor passt auch besser oder? oh man habe meinem Kumpel mal ein Lied umgeträgt so seit ich überraschung das war lustig das glaube ich also du hast da echt ein Talent für muss ich sagen nicht nur fürs Mahlen also falls ich jemals irgendwas umgetextet haben möchte ich komme direkt zu dir ne dann weißt du bescheid meine Energie ist leer dem anderen ist auch nur noch ein bisschen drin ein ein epic Happy Birthday Song und so denkt an das Ding von Luna ja das war mega das war mega das war mega das war echt cool ich glaube Luna feiert das immer noch ich glaube ja weniger doch doch ich bin mir da ziemlich sicher nachher vielleicht noch mal ne Runde fast wo ja viel Spaß also ich kann mich noch nicht entscheiden was ich nachher nach dem Stream mache und bin auch noch am überlegen ob ich vielleicht morgen auch noch mal einen Stream mache oder eventuell aber nur einen kurzen mal schauen ich habe mich noch nicht komplett entschieden was wurde da sind wir ja Profis jaaa fast so können wir richtig gut spielen oder wobei eh ich habe so also ne ich bin tapfer durchgegangen du hast das Spiel direkt ausgemacht nachdem ich getötet wurde ich habe dem Vieh sogar noch direkt ins Gesicht gegrinst der eulen Puller ich bin tapfer abgehauen mhm und hast meine Leiche da liegen lassen mein Geist geht da immer noch so durch das Haus durch der rennt da einfach weg ne ne das ist mir jetzt auch zu gruselig ne ein Darya ist geschockt ne ne ich hau jetzt ab ein Darya wollte schon ein paar, fünf Spinnen weit oh ja oh ja also wer mag kann sich gern die die Clips dazu ansehen ich habe mich da echt durchgekämpft ich habe mich echt durchgekämpft und das war schon ah ne ich muss da auch noch einmal hoch das war schon echt nicht ohne aber das geile ist ich muss eigentlich seit eineinhalb Stunden aufs Klo ich habe super Pause gemacht bisher ne immer nur hier mhm ja euch brauche ich dann gehen wir aufs Klo ja aber es ist so spannend ah 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 hi 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 guck, ich habefen Ja Gump, wenn die s ROM und die benutzen, vR das ist auf mir zu krass jahaaah also vR NIE MAHZ will ich NIEMALZ machen genauso wieciendoa uhrney ich würde mich ganz ich würde mich schon direkt direkt am Anfang wird das spiel anfängt Ach, wer hätte ich mir schon eingeschissen? Wenn wir meinen Feuerwehr über die Bixen schreifen, ja. Aber wirklich. Ich bin so feige. Ich bin da echt feige. Die vier D-Kerzen, die nach Blut riecht. So, sobald wir gleich die Quest abgeben, gehe ich einmal kurz aufs Klo. Aber erst dann. So, dann mal. So. Gott, ich liebe diese Klasse. Allein kenne ich Fasmo auch nicht. So langweilig. Ich bin nope. Einfach nope. Nee, also Fasmo alleine. Da hätte ich Schiss. Fasmo allein hätte ich Schiss. Wir sind schon zu feige für Resident Evil. Wobei Teil 5 ging. Teil 5 habe ich sogar relativ weit allein gespielt. Und 4 auch, aber beide nicht beendet. Die warten heute noch darauf, dass ich sie zu Ende spiele. So. Übernehmen wir einmal. Hier im Morgen bricht ein. Sehr schön. So. So. Im Multiplayer. Habe ich mit Frisch jetzt einmal gespielt. Im Multiplayer. Aber das geilste war, bei Frisch war einfach konsequent die Muni immer leer. Das heißt, er musste messern, kam mit dem Messer aber nicht klar. Und dann haben wir direkt am Anfang gesagt, okay, wir haben keinen Bock mehr. Einfach weil er, oder weil ich halt nicht schießen konnte. Hatte zwei Muni, aber konnte nicht schießen. Und er hatte keine Muni. Und konnte aber nicht messern. Das war der Hammer, ey. So unfähig in Resident Evil 5 überhaupt irgendwas zustande zu kriegen. Das war der Hammer. Ich probiere jetzt mal wieder, ich muss noch Last of Us zweimal weiterspielen. Aber an der Stelle, wo ich bin, ich sterbe. Ja, wir waren Helden. Aber Last of Us muss ich auch noch spielen. Aber ich hänge noch beim ersten. Ich hänge noch ganz tapfer beim ersten fest. So. Jetzt gehe ich einmal ganz kurz aufs Klo. Nach 2 Stunden 44 habe ich mir, glaube ich, verdient. So, jetzt hoffe ich. Ja, ich weiß nicht schon. transmissbar wIRden. Holz, ein Everest.